Standard, Timo Werner prüft Torwart Jeppe Heuberg und die Zeitlupe zeigt, toller Freistoß von Serge Gnabry und toller Reflex. Vier Minuten später wieder Gnabry, wieder Werner und wieder Heuberg und wieder eine Wiederholung einer Rettungstat. Die 68. Minute. Leverkusen-Sbrand mit Auge und Leipzis-Selke mit Pech. Delvy-Selke seinen Schuss wird der klasse Dänen-Keeper ab.